Wie Noobs, Pros, Hacker ihre Basen in Minecraft bauen. Der Noob, er baut sich einfach nur in den Boden und wohnt dann in einem Loch. Der Pro baut seine ganze Base einfach rundherum aus Glas, damit er alles umblicken kann und das ist ein smarter Move, muss ich sagen. Und zu guter Letzt der Hacker und der Hacker, was zum Teufel macht er da auf dem leeren Grundstück? Er, wa, was? Er cheatet sich eine Riesenvilla!